Für mehr Videos und Übungen zum Thema, klicke den Beschreibungslink. Hallo! Beginnen wir heute mit einem kleinen Experiment. Stell dir vor, du hast einen Luftballon. Was passiert, wenn du diesen Luftballon an einer Stelle kräftig zusammendrückst? Du wirst beobachten, dass der Ballon sich an der Stelle ausdehnt, an der du nicht drückst. Die Luft weicht also in mögliche Bereiche aus, die sich ausdehnen können. Ähnlich wie die Luft im Ballon verhalten sich auch Stoffe im chemischen Gleichgewicht. Dazu beschäftigen wir uns heute mit dem Prinzip des kleinsten Zwangs, welches auch das Prinzip von Le Chatelier genannt wird. Was genau damit gemeint ist, wollen wir uns jetzt einmal genauer ansehen. Zuerst wollen wir aber noch einmal wiederholen, was eigentlich ein chemisches Gleichgewicht ist. Wenn Substanzen eine chemische Reaktion miteinander eingehen und diese Reaktion realisieren, klicke jetzt einfach den Link im Beschreibungstext, schaue das komplette Video und löse die dazugehörigen Übungen.